Laufdemo, ich sehe hier hinten schon ein paar Blaulichter, vielleicht kommen wir gleich Besuch, wir begrüßen Sie natürlich, und zwar aus jeder Rednung, egal woher, auch wenn wir hier at Laufstorpe bestehen und jetzt als unabhängige, wünschliche, liebevolle Vereinigung bestehen. Ja, mein Name ist Anja und ich bin von Laufstorpe people.com und wir starten eine peacefule Art in Protest gegen die Blaulichter in Dresden und wir sind aus Deutschland, wir starten in Deutschland und wir posten peacefule Messungen gegen die Politiker und wir versuchen, in Deutschland zu bringen, um die Leute zuhõesießer事en, auf alle Leute zu 주고binden. Wie kommen die Zeit wir und die Leute zu beraten? Wir sind sehr verletzend, wir haben verschiedene politische side, wir sind nur Menschen und wir haben nichts mehr, wir sind nicht politische, wir sind nicht von der Letze, wir sind nicht von der Letze oder der Letze. Wir sind nicht politiker, wir wollen das System ändern, weil das System der Welt der größten Probleme ist. Der Geld ist das größte Problem der Welt. Und wir versuchen das System zu motivieren, die Menschen zu denken, was passiert ist und zu ändern das System. So, wir beginnen von den Routen des Problems. Das ist es, natürlich. Haben Sie schon ein paar Besonderheiten besucht? Nein, für mich, ich weiß schon seit zwei Jahren über den Belafide Meekings, also ich bin sehr frisch und neu. Aber ich war so confused und so shocked über die Historie, über die Pläne, especially die Pläne. Und es ist wirklich, wirklich wert, was die Pläne ist. Es ist wirklich ein Problem. Okay, so in hier, viele Leute kommen und schauen und hören, was passiert? Was können die Leute sagen? Ja, die Leute sind sehr, sehr, sehr... Oh, das Wort in Englisch, ich bin sorry. Sie sind nicht froh, was passiert in der Politik, besonders in Europa. Wir haben viele Dinge, besonders die Flüchtlinge, die von woanders kamen. Also, wir sind nicht gegen das System. Wir sind nicht gegen das Problem. Es ist besonders in Europa. Es ist ein Plan, es ist ein Plan. Es ist ein Problem. Die anderen, die sich gegen Geheimtreffen über unsere Güte hinweg engagieren, ist auch etwas aus der Art. Aber hier ist das Problem mit dem Kopf. Es geht um die Sache. Wir wollen wissen, was unsere Volksvertreter aussetzen. Und wir wollen ihnen das Vertrauen aussprechen oder entziehen. Das ist Demokratie und alles andere ist ein Schauspiel, das uns heute deutlicher als sonst vorgeführt wird. Wer noch nicht weiß, wer die Bilder werden da sind, da vorne liegen ein paar Informationen auf dem Ratschuhl. Könnt ihr euch gerne mal mitnehmen. Ansonsten will ich euch noch mal gerade erinnern. Morgen 16 Uhr auf dem Postplatz das größte Menschenherz der Welt. Hier vorne gibt es zur Unterstützung unserer Organisation und all das auf dem Hauptfeld. Es ist kein Problem hier, ein Problem da. Es ist nicht, du kannst es separieren. Wir müssen alle Dinge zusammenbringen und wenn du mit dem Laufsturm oder dem TTIP-Team herstellt, wir unterstützen damit. Außerdem bedanken wir uns recht herzlich bei Dresden 1900, die uns immer noch mit Strom unterstützen und uns damit, dass die Männer eines Stromattregates hier auf diesem Land versparen. Ich habe eine News-App und ich rate, es war 4 Uhr in der Nacht und ich starte auf Facebook, besonders für Bilder, das war mein Start auf Facebook. Ich war so glücklich, dass sie hier in Dresden sind. Ich bin wirklich glücklich, weil es ist einfach für die Leute zu kommen. Ich bin wirklich glücklich, dass sie hier in der Medien sind. Es war ein großer Prozess, aber es ist nur in Medien. Es war ein paar Jahre alt, es war ein Geheimnis. 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 Es fühlen sich mehr und mehr. Und es war also ein Geheimnis. Es war ein Geheimnis. beyond. Wenn man die Geld betrachten, braucht man die Leute über den Gegenstand. Wenn man die Geld betrachten, haben sie sich über die Leute. Bei den anderen Freunden. Es war eigentlich noch ein Geheimnis. Ich habe gesehen hier eine Fahr所 mit Russland gibt. Ja, 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 die Deutschen sind nicht gegen die Russische Leute, weil wir, you know, die News, all over the world, die News sind propaganda. Und mehr und mehr, wir können sehen, in den letzten 10 Jahren, die Deutschland nicht gegen Russland sind. Wir sind nicht so stupid, wir sind so clever. Wir lesen die News und auch die Hauswibes, nicht die Politiker, die Hauswibes jetzt sagen, Excuse me, da ist etwas falsch. Und besonders in diesem Land, wenn wir eine Demonstration haben, die Journalisten, die Kritik-Presse, die sagen, Oh, das sind richtig Leute, das sind von der richtigen Seite. Und das ist der Grund, warum wir so sagen, Sie sagen, bitte, versuchen wir in die richtige Richtung. Try das, bitte. Das ist der Grund, warum. Und besonders wir starten, unsere Protest, so brave, wie wir zusammengekommen sind. Weil es ist wichtig. Okay. So, jetzt, ein paar Minuten, hier ist noch ein paar Minuten von den Polen. Ja. Ja. Die Polen, die Polen, die Polen, die Polen, die Polen, die Polen, die auch denken, was passiert. Let's hear what happened. Last year, I stopped in Berlin. I was, every day, at the Alexanderplatz so it says, big, big square in Berlin. And, it's like, I talked with a lady, she is a police officer, and she controlled my papers and the administration, and after this, I asked her, Miss, can I ask her something private? I ask her, Sie sagen, was passiert? Sie sagen, ich bin normal. Ich bin normal. Ich sage, ich bin normal. Sie sagen, ich bin normal. Sie sagen, ich bin normal. Sie sagen, wir wissen nicht über diese Probleme. Wir wissen über all diese Probleme. Die Gemeinschaft, die Polizei, sie sprechen auch über sie. Es ist interessant. Die Polizei und die Frau, sie kontrollieren die Demonstrationen. Sie hören, was sie sagen. Sie können sehen, was wir tun. Ich denke, die beste Sache ist, dass die Polizei hier in diesem Ort kommen. Sie sagen, nein. Sie gehen nach Hause. Sie starten zu googeln. Sie sagen, wow, wow, wow. Das ist die Information, die wir wollen. Wir wollen die Information. Ja. 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 Ja.